Musik Wie man gerade eben schön gesehen hat, haben wir extrem verschmutzte Fußmatten, das war so ein Schotterparkplatz und es war ein bisschen nass, also sprich, die kommen gleich auf jeden Fall schon einmal raus, wir hatten abgesaugt, noch mit dem Textilreiniger sauber gemacht. Hier müssen wir einfach mit dem Staubsauger durch, einmal feuchtüberwischen, Display und die ganzen Touch-Oberflächen beim Golf 8 sowieso immer ein Thema, leicht verstaubt ist es auch, also sprich, da machen wir es jetzt gleich mal eben schnell ran, ich hole erstmal die Fußmatten raus. Bevor ich es vergesse, die Beifahrerseite ist auch leicht verschmutzt, nicht ganz so schlimm wie die Fahrerseite, aber auch ein bisschen, ja, da haben wir so ein paar Sachen. Ich glaube, da können wir auch ganz cool ein paar Produkte gleich ausprobieren. Ich möchte euch das gerne bei dir machen und wir spawnen wieder mit einem Br oben wieder rein. Schönes這樣 sein. Und so ist schon einmal in der Sonaxflasche angemischt, den Glykolsäure basierten Polsterreiniger von Labo Cosmetica und ein hochfloriges Mikrofasertuch und damit sprühe ich die zwei mal ein, reibe die wieder ab und dann müssten die wieder sauber sein. Natürlich noch zweite Mikrofasertuch und destiliertes Wasser, einfach einmal grob einspulen und wenn noch was da drin wäre. Ich sprühe jetzt auf jeden Fall die Fußmatte damit einmal kurz ein, reibe das Ganze wieder ab, solange es nicht mehr schäumt und dann habe ich noch einige Reste weg. Jetzt saugen wir natürlich auch noch einmal ganz schnell den Fußraum aus und dann können ein bisschen mit der richtigen Reinigung weitermachen. Ich habe jetzt hier noch einmal von Gry in den Aktivschaumreiniger, ich konnte mich das hinbekommen, mal ohne dass es so dolles spiegelt. Vielseitig einsetzbar mit Nikotinlöser. Reinigungsschaum zur Fleckenbehandlung auf Kunststoffen, Polstern, Textilien und Kunstleder im Fahrzeuginnenraum. Ja, wir haben jetzt hier so ein paar leichte Abriebspuren und wir haben hier noch ein paar leichte Verschmutzungen. Ich werde es auch mal auf der Fußablagefläche mit ausprobieren, aber ich werde am Ende mit Wasser drüber gehen, keine Sorge nicht, dass das am Ende rutschig wird, das wollen wir ja nicht. Ist jetzt kein Härtetest, aber ich denke ein guter Test, ob sich so ein Reiniger als Alltagsreiniger eignet oder nicht, weil das alles Verschmutzungen sind, die im Alltag so des Öfteren auftreten, finde ich. Schon mal Punkt eins zu diesem Reinigungsspray. Das ist glaube ich besser vom Licht her, schon mal Punkt eins dazu. Es ist kein Spraykopf, der nach vorne raus geht, sondern einer, der so raus geht. Also sprich, ich weiß nicht, wie gut das jetzt hier vom Dosieren her ist oder vom Sprühwinkel. Gucken wir mal. Oh, okay. Ich habe einen halben Einstieg mit eingesprüht. Das ist schon mal heftig. Also sprich, man muss deutlich näher rangehen, finde ich. Denke ich mal. Okay. Gucken wir hier mal aus. Naja, okay. Sehr schaumig auf jeden Fall. Ähm. So ein bisschen was. So. Und da kann ich auch direkt einmal mit drauf gehen. Also vom Ziel her ist es nur so mittelmäßig geil, finde ich. Ähm. Ich lasse es mal kurz einwirken, holen mir einen Pinsel und dann gucken wir mal. So. Also geruchsmäßig muss ich sagen, ähm, erinnert mich das an Käsekuchen. Ganz merkwürdiges Thema irgendwie. Wir gucken jetzt mal, wie gut sich das mit dem Pinsel verarbeiten lässt noch oder einarbeiten lässt. Ja, also dabei geht halt der Schaum kaputt. Mal gucken, hier ist der Schaum jetzt schon ein bisschen kaputt. Ja, okay. Damit schäumt es dann zumindest tatsächlich immer wieder ein bisschen auf. Das ist schon mal gar nicht so schlecht. Gucken wir hier mal bei der Pedalerie, was das bringt. Zumindest schäumt es schön schon mal. Okay. Hier unten auch einmal bei dem Einsatz hier noch. Also gerade auf dem Pinsel sieht man das schön, wie durch das Ganze schäumt. Das ist schon krass. Jetzt nehmen wir es mal mit einem hochflorigen Mikrofasertuch ab. Hier nehme ich es jetzt auch gleich einmal mit ab. Hier ist ja leider so ein bisschen mit drauf gekommen. Also sauber geworden ist es hier auf jeden Fall. Ich mache nachher nochmal ein Bild bzw. eine Aufnahme, wenn es vernünftig abgetrocknet wird. Hier ist auch noch ein bisschen was. Und dann gucken wir hier nochmal. Also ich finde bis jetzt echt, es sieht ganz ordentlich aus, ganz gut aus. Hier unten auch den Kunststoff. So. Natürlich ist ein bisschen was mit auf die Folter gekommen. Jetzt sind wir mit auf den Teppich gekommen. Das sollte aber eigentlich nicht besonders dramatisch sein. Wir gucken mal gleich, wie das Ganze aussieht, wenn es vernünftig durch abgetrocknet ist. Beziehungsweise ich habe hier tatsächlich noch eine Stelle übersehen. Hier vorne sind ja auch noch so ein paar Fußstrümen. Da sprühen wir es jetzt einfach nur mal auf. Ein bisschen dichter. Ich möchte hier alles voll sprühen. Und jetzt sehen wir uns dafür mal das Tuch, das ja von Nigrin selber dafür gedacht ist. Das hier ist das. Das kurzflorige Tuch. Müssen wir mal kurz gucken. Schon ein bisschen älter bei mir, aber dieselben hat Nigrin heute immer noch. Ich gucke mal, dass man das sehen kann. Hier steht auch noch Nigrin drauf. Sprich, das ist wirklich das Nigrin-Tuch von Nigrin für den Cockpit. Für den Cockpit. Für das Cockpit. Warum? Also das ist damit nicht weggegangen. Also sprich, nachfliegen ist das unter keinen Umständen nicht. Aber reinigen tut es. Aber reinigen tut es schon einigermaßen. Ich finde es mir etwas komisch. Reinigungsschaum zu Flecken. Behandlung auf Kunststoffen. Das waren ja im Grunde genommen Flecken. Die meinen jetzt vermutlich Verunreinigung. Also sprich, ohne pflegende Wirkung, wie gesagt. Womit wir dann jetzt zum Innenraum kommen und zu den Produkten, die ich angekündigt habe, die ich noch bestellt habe, die ich gerne ausprobieren wollte. Nr. 1. Eine Mini-Bürste. So eine Supersoft-Bürste. So eine Supersoft-Bürste. Nur halt in Mini. Für, ich meine, 1,50 Euro. Und dann habe ich mir noch eine 4er Packung von, die haben das ganze magische Reinigungstücher genannt. Für, ich meine, 2,50 Euro oder 2 Euro oder sowas. 4 Stück davon. Ich bin mal gespannt, wie das funktioniert. Es soll halt schlierenfreie, flenkenfreie Reinigung auf Displays und sowas ergeben. Eine schlierenfreie Reinigung auf Displays. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze halt funktioniert. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr denkt, von welcher Plattform ich diese beiden Sachen habe. Ich denke, da werdet ihr sehr, sehr schnell drauf kommen. So, wir gucken jetzt hier einfach direkt mal. Wir haben nichts dazu geschrieben, ob es ohne oder mit Reiniger funktionieren soll. Aber aufgrund von der Struktur hiervon, denke ich tatsächlich, dass es ohne Reiniger funktionieren soll. Wir haben jetzt hier keine anderen Verschmutzungen, nur so Fettablagerungen drauf. Also sprich nichts, was Kratzer verursachen könnte. Und gucken jetzt einfach mal, ob es wirklich schlierenfrei sauber wird. So, mit mittelmäßig viel Druck bin ich da jetzt rüber gegangen. Und wirklich sauber ist das Ganze nicht geworden. Ja, es ist schlierenfrei, aber hier sind immer noch Verschmutzungen drauf. Sprich, so besonders gut, dass hier zumindest bis dahin noch nicht funktioniert. Wir probieren das Ganze gleich nochmal mit Reiniger aus. Da folgen jetzt den Interior Purge. Von Reflected geschnappt. Ja, extrem guter Innenraumreiniger. Schliert auch von sich aus schon mal nicht. Finde ich schon mal sehr gut. Wir sprinten einfach ein bisschen was auf das Lenkrad auf und gucken dann mal, wie das funktioniert. So, damit sind schon mal die Oberflächenteile benetzt. Ich denke auch, vor Velo sollte man das auch einigermaßen gut sehen können. Also, das tue gar nichts an Flüssigkeit auf. Gucken wir mal, ein bisschen feucht ist es jetzt an der Oberfläche, aber es saugt es halt nicht auf. Wie das Ganze jetzt ist, wenn ich damit jetzt hiermit nochmal drüber gehe. Also, ich könnte nochmal damit nachpolieren kurz. Also, reinigen tut es halt wirklich nicht. Schlierenfrei, naja, geht so. Ich denke, man kann das ganz gut sehen. Also, ich glaube, das Ganze ist mehr ein Flop als alles andere. Ich gucke mal, ob ich das nachher noch auf dem Display ausprobiere. Oder ob mir das zu riskant ist, zu gefährlich ist. Mal schauen. Dafür wechsle ich jetzt zumindest erstmal nochmal wieder zum Mikrofasertuch. Ich bin dafür, dass wir einfach nochmal das von die Green aus testen. Da haben wir ja noch ein paar saubere Seiten von dem Tuch. Ich werde jetzt einfach mal umdrehen und dann mal gucken. So, hier war ja einmal die benutzerseite. Hier war ja einmal die benutzerseite von vorhin. Sprich, wir nehmen jetzt dann natürlich die saubere Seite, diese hier. Und gucken mal, obwohl der Reiniger jetzt hier schon angetrocknet ist. Ja doch, wobei ganz schlierenfrei ist es jetzt nicht geworden. Eigentlich ist es halt, weil der Reiniger schon angetrocknet war, genau. So. Dann probieren wir es hier mal. Und das sieht zumindest schon mal schlierenfrei aus. Noch nicht ganz staubfrei, aber schlierenfrei ist es schon mal. Ja. So. Ich mal jetzt mal den Geistlichen innen raus. Und dann sehen wir mal weiter. Wobei wir können eigentlich diese Bürste hier gleich mal eben ganz kurz mit etwas Reiniger ausprobieren. Hier unten bei der Spange bei dem GTI Logo. Sprich, ich sprühe das Ganze nochmal neu mit Reiniger ein. Wobei ich das ganze Lenkrad wahrscheinlich am besten. Hier mal kurz im Vergleich, die beiden verschiedenen. Das eine ist von Auron Performance eine. Die sind ungefähr gleiche weich. Und nur bei der einen sind die Borsten etwas länger als bei der anderen. Wir probieren es erstmal mit der Mini-Bürste aus und gucken mal. Das hatte, finde ich persönlich, schon mal ganz gut geklappt soweit. Das ist halt wie es immer ist mit Bürsten. So ein Thema für sich. Der eine mag die Liebe, der andere mag die lieber. Ich finde dabei hängt das auch immer sehr viel damit zusammen, wie der Griff ist. Ob der ergonomisch ist oder nicht. Und dabei muss ich leider sagen, der Griff ist alles andere als ergonomisch. Da habe ich persönlich den richtigen Pinsel lieber. Ich könnte es mir vielleicht ganz gut vorstellen, dass man mit so einer Mini-Proben-Größenflasche das Ganze zusammen im Handschuhfach hat. Mit Mikrofasertuch und dann immer einen Pinsel und einen Reiniger dabei hat, sodass das Ganze möglichst wenig Platz weg nimmt. Oder vielleicht für eine Reisetasche oder wie auch immer. Aber zum täglichen Fahrzeugreinigen definitiv finde ich persönlich nicht zu empfehlen. Auf der anderen Seite für 1,50 Euro. Das will man erwarten, so ein richtiger Pinsel wie von Aurum jetzt in dem Fall. Da liegt meine ich das Doppelset bei 8 Euro, bei 10 Euro. Irgendwie sowas. Sprich einer bei 4 statt 2 oder 2,50 Euro. Ich persönlich würde mir dann immer die vernünftigen Großen kaufen. Aber am Ende muss das jeder selber wissen. Und für die ganzen Hochglanzoberflächen, für die restlichen, nehmen wir uns natürlich auch ein hochfloriges Mikrofasertuch. Kein kurzfloriges. Hier ging das jetzt, weil hier eh keinerlei Staub drauf ist. Hier ist es immer noch so ein bisschen schwierig. Ich denke mal, dass wir dann gleich auf jeden Fall mit dem hochflorigen Tuch besser wegbekommen. Hier ging das vorhin jetzt ganz gut, weil hier keine großartigen Verschmutzungen waren. Hier waren es ja hauptsächlich Fettablagerungen. Was natürlich dann hier bei den ganzen Klavierlackoberflächen was anderes ist. Und auch hier mit dem Carbon haben wir in einem anderen Video foliert. Das verlinke ich euch mal oben kurz auf dem i. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr möchtet. Gehen wir natürlich mit dem Pinsel am Ende bei und nehmen das Ganze dann auch mit einem hochflorigen Tuch ab. Jetzt kommt es chromosomes. Dann kommt es wieder rein. Alles mal süß. Jetzt kommt es mit meinem kleinen Tag zur Seite. Ich bin eine Art von Kasteln. Jadi hier ist hier ein ... Jeimlich. Jetzt kommt es gleich gleich. Hier ist jetzt. Ich nehme diese Messation. Also hier ist mein Geldes vor dem Video. Ich nehme das kastel. Vielen Dank. Wie angekündigt haben wir auch noch in dieses Mittelkonsolenfach wo mal irgendwas ausgelaufen ist. Einmal kurz eingesprüht. Den Pinsel kurz einmal durchgehen. Unversprochen kümmern wir uns jetzt ganz schön um das Carbon. Dafür einfach einmal ganz kurz auf den Pinsel ein bisschen Reiniger aufgesprüht. Und dann hier einmal ganz kurz das Ganze eingepinselt. Und damit ist das Ganze auch wieder schön sauber. Und ich denke, abgesehen jetzt hier von diesen Ritzen und da unten sind noch ein paar Fußstriemen, die machen wir gleich noch weg, sieht das auf der Seite zumindest schon wieder ganz ordentlich aus. Und genau bei solchen Flächen sehe ich auch den einzigen Vorteil davon, dass man diese Flächen unfassbar schnell benetzen kann. Und wenn es keine starken Verschmutzungen sind, die Flächen auch ganz schnell einfach mit dem Tuch abnimmt und dann ist es sauber. Wobei das Ganze jetzt keine wirklich saubere Angelegenheit ist, weil man am Ende überall diesen Reiniger hat, aber egal. So, schon mal das Ganze überall vernetzt. Dann wieder unser kurzfloriges Green-Tuch. Und damit nehmen wir das Ganze jetzt einfach einmal eben ganz schnell ab. Und dann gucken wir mal. Bis dieser Schaum zerfällt, hat man halt auch einfach immer diesen Schaum, den man sich auch wirklich original überall hinschmiert. Jetzt haben wir immer noch leichte Verstaubungen hier. Da können wir einmal eben ganz kurz mit so einem Pinselchen hier einmal durchgehen. Das ist jetzt ein Schwammpinsel. Und das einfach einmal eben ganz kurz etwas sauber machen. Und damit sieht das auch wieder schön sauber aus und passt wieder alles. Hier nicht zu vergessen, ne? Die Lüftungsschlütze darf man natürlich nicht vergessen. Überall. Hier auch. Und den letzten Lüftungsschlitz. Und als letztes schnappe ich mir jetzt hier noch einmal von Air Customs Bad Boys den Leather Creek Detailer mit dem Tuch, was bei dem Sonax Professional Lederset mit dabei war. Das ist, finde ich, tatsächlich, also zumindest das Tuch, wirklich für Leder sehr, sehr cool geeignet. Und der Vorteil von dem Leather Creek Detailer liegt halt, abgesehen von dem Canyon Sprühkopf, mit dem ausgeliefert wird, für mich auch hauptsächlich darin, dass es einfach ein Produkt ist, was gleichzeitig reinigt und pflegt und tendenziell eher für die tägliche Lederreinigung geeignet ist. Sprich, man kann es wirklich nach jeder Innenraumreinigung problemlos benutzen und die Sitze sehen danach tatsächlich wie neu aus. Sprich, wir drehen uns einmal unseren Canyon Sprühkopf ein wenig auf und sprühen unsere Sitze einmal grob ein. Die müssen auch überhaupt nicht satt benetzt sein oder ähnliches. Dann nehmen wir uns unser Tuch und arbeiten das Ganze einmal ein, verteilen es eigentlich hauptsächlich. Und ich denke, man kann tatsächlich, sobald ihr das Ganze gleich etwas abgelüftet hat, auch schon einen schönen Vorher-Nachher-Unterschied sehen. So sieht das Ganze jetzt aus, wenn es abgelüftet hat. Ja, hier sind noch so ein paar Reste von dem Reiniger, die noch im Leder sind. Das lüftet jetzt gleich noch fertig ab. Und ich finde echt, das sieht wieder mega, mega cool aus. Aber für eine richtige Lederreinigung wird es bei den Sitzen auch so langsamer Zeit. Mal gucken, vielleicht machen wir das mal als nächstes Video. Ich mache jetzt noch die beiden Sitze hier vorne. Hinten habe ich die schon gemacht. Und dann gibt es noch gleich ein kleines Overview. So you stay defeated and put it back into the beat because I don't really need it.